so ja leute damit willkommen zur nächsten folge von fifa 16 ja das letzte spiel haben wir ja gewonnen gegen maile mit 2 0 ja jetzt müssen wir gegen nicht meine gegen florenz war es ja doch florenz müsste es gewesen sein ja florenz und wir gucken mal ist denn unser neuer stürmer schon da timo werner ja werner nehmen wir direkt mit würde ich sagen für ja braus brauchen wir eigentlich nicht ja das lebt machen wir so würde ich sagen wenn ihr irgendwelche spieler vorschläge habt ruhig in die kommentare ich bevorzuge vor häufig junge spieler also für glabbach so mit jungen spielern aufbauen aufgrund von jungen spielern so wir spielen den trikot was haben wir noch grün ne wir spielen da ne wir lassen das so ausstellung würde ich sagen obwohl ich lass mal heute hahnfrau anspielen und hermann los geht die geschichte bis haben länger als jetzt hahnfrau anspielen und so sagen wir machen das spiel spiel noch zu ende sieben versuchen noch so dem macht auch den macht er nicht oh mein gott ich darf jetzt nicht sagen hat er macht auch nicht so ein versuch noch so schön sehen so florenz startet ich glaube ich im gleichen Schaden wie eben könnte sein ne äh wie eben für mich ist eben vielleicht ist es eine Woche her ja ähm oh ich hab aber gut aufgepasst und das gibt der Elfmeter ja gibt der Elfmeter Tumovic war ich weiß er glaube ich haut da ja genau Tumovic kann man geben so vertretbar so früh schon ja doch doch kann man geben muss man geben so jetzt Lars Stindl nach dem Doppelpack in seinem Doppelpack in seinem letzten Spiel macht er den wieder rein super verhandelt so 1 0 90 Minute Lars Stindl so jetzt Alonso also nicht Xabi Alonso von Bayern sondern der andere Alonso bei Dey die Leechic ähm der Gota spielt auf Herma äh auf Hahn so heilguter mit einer Chance aber der Keeper des AC Florenz hält erstmal es gibt nur es gibt einen Wurf Stindl aha es gibt nicht mal Ecke gut verteidigt da so was macht bei Dey keine Ahnung was er macht bleibt einfach stehen ah jetzt Elitsch Elitsch heißt er glaube ich Lars Stindl wird umgehauen es gibt keinen Freistoß das ist natürlich schon ziemlich krass so ja Leute es könnte auch sein dass es nächstes Wochenende vielleicht eine Bundesliga Prognose gibt die ich dann vielleicht mit einem netten Berge da mache mal sehen mal sehen und da ist der Ausgleich da passe ich aber nicht aus sondern das Florin ist natürlich da in Form von wer war es so ich weiß gar nicht heißt er Mario Suarez oder so warum habe ich es warum ist ein Sound aus jetzt ne ich weiß es gerade nicht oh Herr Guter macht er stark hier auf der Hood zurück ja wo soll der Hood jetzt hin spielen Und dann klärt Florenz hinten im Strafraum, es gibt aber einen Wurf. Oh, und Stindl hat sich verletzt, das ist natürlich bitter. Dann kommt Werner, doch, ja, unverhofft zu seinem frühen Debüt. Natürlich auch bitter, jemand zum Ha-Ha, verdreht sich den linken Fuß. Ja, gut, müssen wir jetzt gucken, wie es weitergeht, wie lange er denn jetzt ausfällt. Das wäre schon die zweite schwere Verletzung in der Vorbereitung, das wäre ja nicht gut. Darum hat sich ja im Spiel gegen Everton verletzt. So, Werner direkt jetzt erst mal am Ball. Werner... Werner! Und hat... ich weiß grad nicht, wie man ausspricht. Hat die Idee raus, oder... So, hält den Ball. Komm ich auch noch mal. So, Ilicic... Klasse, Werner wieder im Ballbesitz. Werner... Hier ist Rygota hoch. Rygota ist natürlich so schnell, wo läuft? Wo läuft einer mit? Da ist Han. Han bringt die Flanke, aber da ist Tate... Rosano... Da. So, jetzt... Kalinic... Alonso... Im Ballbesitz... Babaka ist jetzt vorbei! Das ist viel zu einfach und da passt, glaube ich... Passen Christensen hinten auf. Und es gibt einen Wurf für die Borussia aus Gladbach. Oh, das war schwach. Alonso erholt natürlich den Ball direkt in die Zuhares. Wird angespielt. Hat gesucht, aber da passt dann Christensen auf. Boah, das ist natürlich böse. Von hinten... In die Beine... Das ist... Mindestens... Gelb. Ja, das ist gelb. Bernadeschi... Mit der nächsten gelben Karte auf Seiten von Florenz. In der 44. Minute. Ah, das ist böse. Das ist böse. Eigentlich von hinten in die Beine zu grätschen. Keine Chance auf den Ball... Kann man meiner Meinung nach über Rot nachdenken. Oh, das ist natürlich schlecht. Gespielt von Hahn. Genau, Mario ist zuhörst, heißt er. Der ausgerecht geschossen hat. Oh, Druck machen, Druck machen. Muss verhalte Pause jetzt nicht dazulassen. So. Stampel... Oh, okay. Und sagen wir, lassen es erstmal so. Aufgrund der Verletzungen von Stindl wechsel ich jetzt erstmal nicht mehr. Aber... Denn... Werner war eigentlich einer, den ich für zweite Halbzeit bringen wollte. Was jetzt nicht mehr geht. Aber... Gut. Und da ist Werner! Erste Mal gefällig vom Tor. Erste... Wirklich... Eine gefährliche Möglichkeit für Gladbach. Seit dem... 1-0. Schön gespielt. Von Hermann da. Da gut. Oh... Das ist natürlich der nächste Elfmeter. Natürlich jetzt bitter für Florenz. Hier den zweiten Elfmeter im Spiel kassieren. Ja gut, darüber brauchen wir eigentlich auch nichts zu diskutieren. Oskar Wendt. Kann er hier denn 2-2-1... Treffer schießen. Oh... Und... Florenz hält! Der war super geschossen eigentlich, aber... Der Keeper... Hat das Eck geahnt. So... Herr Goetha... Wieder über... Außen... Und das 2-1 durch... Ich weiß nicht wer es war... Kann ich jetzt nicht sehen... Aber es war... Es war... Es war... Dahoud... War es... Ja, Nummer 8 ist Dahoud. 2-1. Gladbach. Ich weiß nicht warum gerade der Sound von... Warum aber der Tor-Sound so spät kommt. Komisch. Na gut. Oh... Gibt es wirklich Freistoß für... Florenz... Ah... Das ist natürlich... Das ist natürlich... Ziemlich... Wow... Und dann so ein Freistoß! Von Florenz... Das ist natürlich der Konto überwind. Herr Goetha... Wartet bis da oben jemand mitläuft. Da läuft aber niemand mit. Oh... Und dann wird so ein Fehlpass. Kostas Transfer bestätigt. Das haben wir glaube ich schon letzte... Spiegel sehen. Oder vorletztes Spiegel. Ich weiß jetzt nicht. Na gut. Oh... Sommer! Klasse Parade. Oh... Sommer... Auf... Herr Goetha... Oh... Und da ist schon das nächste Foul. Also Florenz geht da ziemlich... Hart in die Zweikämpfe. Dritte... Oder vierte Gelbkarte für Florenz. In diesem Spiel. In diesem Spiel. Also... Das KI ist ja schon viel. Also für die KI. In diesem Spiel. Das KI ist ja schon viel. Also für die KI. Und so ist es. Eckball... Die nächste Ecke. Ah... Wird wieder abgewertet. Jetzt läuft natürlich der Konter über... Alonso. Und so. Der Hut läuft hinterher. Keric schief hier ab. So... Ja... Fernandes. Alonso. Alonso ist überall. Werner. Fagota. Ah... Mit dem Fehlpass. Gut aufgepasst von... der Hintermannschaft aus Florenz. Der nimmt dann direkt. Aber... Kann dann letztendlich keinen Druck mehr. Aufbauen. Alonso... Boah... Da versucht es mal... Fluch... Sucht Florenz mal künstlerisch. Aber... Natürlich in dem Fall keine Chance. Äh... Da versucht es mal... Keine Chance. Ich hätte... Mh... Ungenauer... Schuss. Wow... Und dann jetzt so... Ein Ball auf der Ross... Auf Rossi... Auf Rossi... Wie schießt der denn denn da... Hinter Keeper... Som... Hinter... Hinter Keeper Jan Sommer vorbei. Also da... Sieht der... Leppere Schuss mal nicht so... Gut aus. Versuch mal... Hermann... Ah... Versuch mal... Versuch mal... Versuch mal wieder umzuhauen... Flank... Aber dann... Kommt Werner nicht mehr dran... An dem Ball... Mit der nächsten großen Chance... Für Gladbach... Kann Florenz hier noch den Ausgleich erziehen... Oder holt Gladbach den zweiten Sieg... Im dritten Spiel... Ja natürlich... Wie in... Direkten Duell... Vom Vorteil... Oh... Und da kriegt dann Florenz noch dieses Foul... Natürlich... Bitter... Darut hat sich verletzt... Aber... Sollte nur eine Muskelverletzung sein... Denn er kann weiter rum... Werner wird angespielt... Holt sich den Ball zurück... Und wird dann gelegt... Das kann doch nicht wahr sein... Liebe Leute... Das muss doch mal... Jetzt die rote Karte geben... Und die gibt es endlich mal... Astori kriegt jetzt die rote Karte... Verdient muss man sagen... Und vielleicht Chaka noch mit einem Freistoß-Tor... Ah... Abgefälscht... Die Ecke könnte die letzte Chance des Spiels sein... Pfeif ab Schiri... Ist Handspiel... Es gibt nochmal Freistoß... Chaka nochmal mit dem... Freistoß... In die Mitte... Da ist dann wieder keiner... Und jetzt können sie langsam abpfeifen... Korb nochmal... Und dann ist es aus... Die Borussia aus Gladbach gewinnt 2 zu 1 gegen Florenz... In einem unkämpften Spiel... Mit... Ja... Fouls... 6 Fouls für Florenz wie mit 2 Fouls... Aber... Haben auch letztendlich verdient gewonnen würde ich sagen... Also von Schissen aus Tor her... Haben wir 8 gebracht... Die hat nur 4... So... Ja... Ich würde sagen... Dann... Sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem Halbfinale... Obwohl... Das Training machen wir gerade noch... So... Alles simonieren wir natürlich... Oder Hut auf eine 71... Ist natürlich... Sehr schön... Ja... Ich würde sagen... Damit bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen... Ich hoffe es hat euch gefallen... Wäre nett wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst... Ja... Damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal...